Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und mal wieder zurück bin ich, melde ich mich ja auf dem Dach der Welt zu Let's Play GTA Vive. Jo, wir legen mal wieder los, Ludi. Ja, und haben natürlich heute auch was Cooles. Boah, ich bin jetzt gerade am Airport in Los Santos und ich weiß es gar nicht mehr, wie ich hier runterkommen soll, weil, ja, mit diesem Heli will ich jetzt nicht mehr fliegen. Und ich habe da hinten nämlich einen Cubane stehen. Ich weiß gar nicht, ob ihr ihn sehen könnt. Wo ist er denn hin? Warte mal, das ist aber kein Cubane, das ist ja was Größeres. Was ist das? Leute, das ist kein Cubane, das ist irgendwas anderes, irgendwas Größeres. Ich habe es auch gerade gesehen. So, warte mal. So, starte. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ach so, das ist ja nur ein Stück Mauer. Sorry, Ludi. Sorry, ja. Oh. Oh, er hat's überlebt. Das ist doch auch mal was. Boah, fast auf meinen guten alten Cubane hier. Sind's doch gar nicht. Ist übrigens mein, mein kleines Baby, muss ich sagen. Und jetzt sollte doch eigentlich mal Rockstar kommen. Rockstar Games. Und mir die 250.000 Dollar schenken. Aber nein. Sie schenkt mir nix. Sie schenkt mir nix. Stattdessen kommen wir nur ausreden. So. Ist euch auch schon aufgefallen, dass man hier nicht an die Ding kommt. An die Bilder. Weil hier sind noch keine Bilder verfügbar. Der Aktienmarkt ist nicht verfügbar. Das ist nicht verfügbar. Das ist nicht verfügbar. Leute, what the fuck ist das? Rockstar solltet auf jeden Fall was machen. Ich würde sagen, liebes Rockstar Team, gebt uns einfach alle DLCs, also alle Erweiterungen gratis. Das ist scheiße. Das ist auch scheiße. Das würde ich euch abraten, Leute. Das ist auch ein Mist. Rocker. Aber das hier ist der Geile. Warte, wo ist er? Der Velum. Die Velum ist ein leichtes, einmotoriges Hochleistungsflugzeug. Spezial abgestimmt. Auf die Bedürfnisse der Firmenvorstandsabreisen. Wenn man, ganz ehrlich, ist es doch der Einzige, der heutzutage noch in Flugzeuge investiert. Stimmt. Und der Drogenjunkie, der hier rumläuft. Und diese Punkfrau. So. Rein da einigen guten alten Dingen. Ich glaube, das sind 20.000 Nägler eingebaut. What the fuck ist das? What the fuck? Was ehrlich ist, habe ich ein bisschen Schiss. Also sowas habe ich noch nicht gesehen, Leute. Da hat jemand einen Kampfjet. Aber den kannst du bestimmt nicht kaufen. Schnell mal aufs Murdoch. Äh, Murdoch. Er fehlt fliegen. Vielleicht können wir den noch ein bisschen im Himmel. Oh Gott. Äh, hallo? Äh, ich komme in Frieden. Oh Gott, nein. Den, komm, den, den hauen wir uns. Den holen wir uns. Den holen wir jetzt vom Himmel. Oh Gott, das will. Was habe ich? Selbstmord begangen? Nee, ich habe eher einen Base-Trump begangen. Wo ich keine Seiten mehr hatte. Den Fallschirm zu öffnen, eigentlich. Oh ja, es tut uns schrecklich leid. Da gebe ich dir mal eine Schelle. Baaftisch. Ups, nee. Das ist ein anderer Kandidat. Kanal verwechselt. Oh. Ja, ich merke schon, hier ein GTA-Level. What the fuck? Hey, yo. Beruhig dich. Beruhig dich. Hey. LCDP-Police. Stopp. Och, scheiße. Das ist ja New York. Los Santos County Blaine. Ähm. Police. Stopp. Nein, nein, nein. Oh Gott. Muss ich mich noch verteidigen hier. Kann man mal bitte in dem Auto stehen bleiben. Thank you. Oh toll. Da liege ich nun. Tot. Und mir tote Quale. Oh man. Fly us. Hm, was ist aber nicht alles noch? Mary Rita. Mary Rita. Was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich? Also, Mary Rita. Ich höre immer den komischen Namen. Hallo, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Gib mir nochmal einen Pegasus. Der andere ist leider so tot. Versuchen wir es nochmal. Oh Gott. Das hätte mich natürlich gleich mit der MG abknallen. Ist ja klar. Da, 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 da. Oh nein. Hilfe. Die wollen mich krippen. Krippen wollen die mich. Oh Gott sei Dank. Eli. Meine Rettung. Schade, dass man nicht mit dem Chat fliegen kann. Das wäre natürlich auch geil. Oh, so ein Film mit dem Chatchen fliegen. Hey. Stippshypen. Oh. Jetzt kannst du nicht mehr rennen, oder? Oh the fuck. Der lebt ja noch. Oh. Jetzt ist er aber tot. Ne. Mich kriegst du nicht. Mich kriegst du nicht. Warum lebt der noch? So. Rein in das Mammut, oder wie das heißt. Ah ne. Marberic ist das. Marberic Hubschrauber. Jetzt will ich mal was versuchen. So. Oh. Gott. So. Viel Spaß, kleiner Bulle. Und ich sage ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Ciao. Ah.